Oh Gott, ich habe einen getroffen. Klasse, klasse. Wie wäre es jetzt mit, ähm, Video? In meinem Programm geht es nicht. Das finde ich. Das ist OS 2 Warp. Das ist unglaublich. Das überrascht mich jetzt auch wirklich, wenn man sowas auf dem PC machen kann. Arbeiten, spielen, Fernseh gucken, drucken, alles gleichzeitig. Echt? Das kann aber nicht sein. Was kostet das Ganze? Wie wäre es mit ungefähr 200 Mark? Oh, dann würde ich das sofort kaufen. Cool. Ist das wirklich so billig?